Moin, Gruß aus dem Münsterland. Man mag es kaum glauben, aber der Winter steht vor der Tür. Die triste Zeit fängt an. Da haben wir uns ein Event für das Frühjahr 2025 überlegt. Und zwar ist das das hier. Ich komme mal etwas näher. Das ist die www.camperfuchsjagd.de oder camperfoxhunt.com. Das ist ein Event, das haben wir auf die Beine gestellt, zusammen mit der Agentur Arco, mit Annika und Alex, die uns dabei sehr helfen, denn das ist nichts für uns, das können wir nicht. Wir haben namhafte Firmen als Sponsoren mit ins Boot geholt, wie die Firma Linnepe für Luftfahrwerke. Davon wird übrigens auch eins spendiert, wie die Firma Krone Kälteklima, die eine Dachklimaanlage spendiert, wie die Firma Alulein, die einen Heckfahrradträger spendiert, wie die Firma SRT Schoß Reisemobiltechnik, die einige Hecklinge und Frontlinge spendiert und die Montagen der genannten Preise übernimmt. Und da kommt noch einiges mehr dazu. Das Ganze startet etwa im April. Es wird einen Nordfuchs geben und einen Südfuchs geben. Das heißt also, es sind zwei Füchse, die bekommen eine Tankkarte, mit der können sie in ganz Europa kostenlos tanken, bis zu einem Limit. Das ist noch nicht entschieden, wie weit das geht. Und dann kommt ihr, dann kommt ihr als Jäger ins Spiel, denn die Jäger bekommen alle eine Nummer, die ist einmalig und die behalten die Nummer, solange sie dabei sein wollen. Und wenn ihr so ein Fahrzeug seht, sprich also einen Fuchs seht, dann müsst ihr den Fuchs fotografieren mit einer speziellen Karte und seid automatisch im Lostopf. Im Sommer, im Spätsommer wird dann ein großes Event, wir hoffen ein großes Event, mit ganz, ganz vielen Jägern stattfinden, bei dem dann die Preise ausgelost werden. Da geht es dann richtig zur Sache. Ich hoffe, ihr seid dabei. Schaut euch das an. In den sozialen Medien kommen in den nächsten Tagen viel, viel mehr Informationen. Und dann kann es hoffentlich richtig losgehen. Bis dahin. Sayonara. Schöne Woche und Tschüss. Schöne Woche und Tschüss. Vielen Dank.